Hier am Schleicher-O-O, ist der Schimmel-O-O-O, hier am Schleicher-O-O-O, und wir freuen uns so, auch die Waldbücher sind doch. Wir grüßen heute alle unsere Freunde und Bekannten, Schwiegermütter, Kinder, Onkels und auch Tanten, Verwischbete, Geschiedene und die, die noch verheiratet, und alle, die, mit denen es das Glück noch gut gemeint hat. Wir grüßen alle Sänger und auch die Musikanten, die Guten, die Bescheidenen und auch die Arrofanten. Wir grüßen alle Helfer hinten in der Küche, von da aus kommen schon die allerleckersten Gerüche. Das Gegenpersonal wollen wir ganz besonders loben, bringt uns bitte endlich vier Radler nach oben. Alle sind jetzt da beim Saale-Musikum, oh, oh, oh. Alle sind jetzt da beim Saale-Musikum, oh, oh, oh. Hier am Schleicher-O-O, hier am Schleicher-O-O, ist der Schimmel-O-O. Hier am Schleicher-O-O, und wir freuen uns so, ach, die Wallfahrer sind doch. Wir grüßen heute alle, die von weit her kommen, die Dicken und die Dünnen, die Sünder und die Frommen, katholische, lupfische und apatischisten. Junggesellen, Pfarrer und die anderen und die Küsten, Vertreter von der Presse wollen wir heute auch begrüßen und hoffen dann nur Gutes über uns zu lesen. Wir grüßen heute mit besonderem Applaus Alle Frauen hier vor diesem Haus Auch die Männer sind willkommen, hallo, hallo. Wir legen jetzt gleich los und freuen uns so, dass die hierzeit heute beim Saale-Musikum, oh, oh, oh. Dass die hierzeit heute beim Saale-Musikum, oh, oh, oh. Ja, wir sehen uns so, oh.